Vishnu Devanandasana ist die Stellung von Same Vishnu Devananda. Vishnu Devanandasana gehört zu den Variationen von Natharajasana zur Tänzerstellung. Dharmamitra, der Autor des Buches Asanas 608 Yoga-Poses, hat diese Stellung nach Same Vishnu Devananda benannt, einem der großen Yogis des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich gibt es einige Plakate aus den 60er Jahren, wo Swami Vishnus Vorträge und Yoga-Workshops angekündigt wurden mit dieser Stellung. Natürlich, Vishnu Devanandasana steht auch für die Fortgeschrittenheit, die Rückbeuge, die Herzensöffnung und auch die Anpassungsfähigkeit, die Same Vishnu Devananda ausgezeichnet haben. Die Stellung ist nicht einfach, gerade wenn du mit den Händen das Schienenbein fasst in der Nähe des Knies und dann noch probierst, das Bein fast auszustrecken, denn so kombinierst du Rückbeuge mit Spagatflexibilität. Im Grunde genommen ist es ähnlich wie Raja Hanuman Asana, eben die königliche Spagatstellung von Hanuman.